Ja, also jetzt gerade zu dem Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben, wäre eigentlich mein Wunsch, klar, ich bin in Esslingen, ortsansässig, tätig, da wäre natürlich mein Wunsch einfach, dass gerade der Gemeinderat, gerade die Stadt einfach mal ein bisschen lockerer wird, mit einem Satz gesagt. Nicht mehr so reglementiert, nicht mehr so steif, sondern dass es auch Schnittmengen gibt bei einer Diskussion, wo man vielleicht auch mal einem anderen ein bisschen entgegenkommt, wo man kompromissbereiter wird, vor allem in der jetzigen Zeit, finde ich, ist es absolut an der Zeit, auch kompromissbereit zu sein und nicht nur starr irgendwelche Regeln durchziehen, weil es halt schon immer so war. Und dann noch mal ein Satz vielleicht auch zu jedem Einzelnen da draußen, zu jedem Endverbraucher, zu jedem Kunden, der online oder stationär kauft. Es muss sich einfach jeder für sich die Gedanken machen, wer gestaltet in Zukunft unsere Städte. Wollen wir das Stadtbild so beibehalten? Wollen wir schöne, bunte, florierende Innenstädte oder wollen wir in naher Zukunft einfach, dass sich alles ändert? Und letztendlich meiner Meinung nach hat es jeder Einzelne in der Hand. Jeder Einzelne kann dazu sein Teil beitragen und jeder Einzelne muss sein Kaufverhalten überdenken. Ganz einfach.